Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bayonetta. So, ich würde sagen, ich gehe mal kurz in die Hölle. Ich will ein paar Sachen einkaufen. Ein paar neue Moves, ein paar neue Tricks und ein paar neue Lollis. Weil ich glaube, ich brauche ganz viele davon. Boah, so schlecht war ich noch nie in Bayonetta, noch nie. Ich weiß, dass du alles hast. So. Meine Produktinformation, eine neue Technik ist für die Vorrede. Perfekt. So. Techniken. Wo ist das? Die innere Fledermaus. Und die innere Kreia will ich gerne haben. Ausprobieren erstmal. Was war das jetzt? Nochmal. Hä? Wie geht das nochmal? Ein weiterer Engel, bitte. Danke. Nochmal. Ah, okay. Innere Kreia will ich gerne mal ausprobieren. Perfekt. Die innere Kreia werde ich mal kaufen. So. Ich brauche ein paar neue andere Techniken. Ähm. Ähm. Am Portal tritt. Die ging das nochmal. Halte Z und A. Okay. Z und A. Die ging der nochmal. Die ging der nochmal. Mal. Mal zurück. Dann drücken. Nach oben. Okay. Ja. 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 er war wie es gemacht ok mal komm jetzt brauche ich bisschen zugegenstände hier brauche ich ich habe noch einen und noch ein wenn man was hast du noch zu zubehör montan mond von kala ich hatte mich habe mal welche von den singen gekauft weil ich weiß nicht mehr welche davon ist natürlich was gekauft was ist das denn ok ich habe es gekauft ich ärgere mich gerade dann spielen wir mal weiter paradiso gedächtnisfriedhof paradiso dieses zifferblatt ich habe schon einmal gesehen moment moment da ist das habe ich zuvor noch nie gesehen dass da was ist ich habe mich mal mit das stimmt ist da unten ich bin ein mann Okay. So. Hä? Ah. Okay, Zeit für dich, okay? Lass mich bitte in Ruhe. So, hab ich was übersehen? Da komm ich nicht rein. Ah. Reines Platin, jetzt komm ich da. Jawohl. Hast du irgendwas ich einsammeln kann? Da ist was. Mann. Zack, zack. Naja, ist nichts mehr auf Geld. Hier auch nichts. Na gut. Heiligenschein, ich laufe auf heiligenscheinen. Das ist mir alles viel zu scheinheilig. Ha, ha. Nein. Ja. Muss da hoch. Zack. Ja, komm. Rein da! Und danke für die Schüsse. Na, warte. Was mach ich jetzt? Ah. Tchuuu. Einmal Kopf über, bitte. Gesch disclose. Teilz So. Musik Tomm, tomm, tm, 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 tm. Tomm, tomm, tm, 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 tm. Tja, so läuft das halt eben. Also wenn wir das jetzt war, Gold, weil ich habe das eine gute Rekordzeit geschafft. Okay. Bam. Na komm, dreh dich. Einmal um die eigene Achse. Na komm. Küsschen. Hm. Jetzt sind ja richtig viele Engel. Wenn man sich das ansieht. Wie gut. Oh, diese blöde Kugel hat es mir kaputt gemacht. Ja. 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 Na, vathe. Oh. Oh, Antheft. So. Jawoll. So. 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 Ey, oh Mist, verdammtes Mystery! Also, geht doch. So, ich gucke mich mal kurz hier um. Und da kam ich. Na komm. Das hat Spaß. Nein! Oh, ernsthaft? Oder man macht so. Ganz einfach. Ich kann mich so ein paar Sachen sammeln. Super. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Wenn das wirklich der Himmel ist und wir sehen Sachen tot so aus. Ja, dann Post Mahlzeit. Kinship. Alter! Ich konnte mich noch nicht mehr wehren. Ich konnte mich noch nicht mehr wehren. Ich laufe. Ich laufe. Ich laufe. Ernsthaft? Sorry, aber das ist echt fies. So. Moment. So. Na du. Jetzt kriegst du aber Ärger mit mir. Blödes Mistvieh. Ist das noch eine LP, die ich auch nicht gesammelt habe? Dann wäre das nämlich jetzt fatal. Nimm mir die blauen noch. Ritter Walküren. Scheiße, ich hab die blauen nicht mehr bekommen. Ärgerlich. Hätt's blau nicht mehr bekommen. Aber kriegt man die blaue nicht nochmal her? Ähm. Mist. Ich muss kurz gucken. Das ist echt ärgerlich. Ich hab die blaue LP versäumt. Mist. Das ist echt ärgerlich. Mist. Mist. Ich hab das nicht verstanden. Das ist gut. Ist das nicht. Du hast versucht mich nachzumachen, also hab auf den Ritt mit dir. Pech gehabt. Wer versucht mich nachzuerkennen, der wird bestraft. Na, sie geht auch. Waaah. Verdammt, mir fehlt eine Schallplattenscheibe, ist trotzdem dran an. Autsch. Autsch. Bäm und Bäm. Bäm und Bäm. 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 A Kurta Gangstank, Gólem! A Kurta Gangstank! Gó, chó, lasrachas! ¡Dónde se va! ¡Y E louder! ¡Mustá! ¡Mustá! Oh, das kotzt mich gerade nicht. Ich habe so viele Schallplatten vergessen. Mann. Das ärgert mich gerade wirklich. Ist hier irgendwas? Ne. Paradiso. Andenken. So schlecht war ich echt noch. Ne, im Bayonetta. Ne, Luca Stadion. Immerhin was Besseres. Würde ich mal sagen. Gut, meine Freunde. Ich beende die Folge. Bleibt mir gewogen. Und bis morgen. Eu호 simple.